Heute zeige ich dir, wie du im ModRAMF Launcher einen Shader installieren kannst. Geh dazu einfach hier unten auf diesen grünen Button und dann bist du hier bei der Profilerstellung und dann wählst du hier einfach Fabric aus und dann deine Spielversion. Ich werde mal hier die neueste Version auswählen in meinem Fall und dann kannst du das irgendwie benennen, wie du möchtest. Ich nenne das einfach Minecraft Fabric und dann klickst du hier unten rechts auf Erstellen und dann hast du das Ganze hier. Dann klickst du einfach da drauf und dann klickst du hier auf Add Content, in der Mitte ist dieser Button. Und dann klickst du einfach da drauf und dann klickst du hier bei der Fabric API auf der rechten Seite auf Install und dann siehst du hier die Iris Shader Mod und da klickst du auch auf der rechten Seite auf Install. Und um einen Shader zu installieren, klickst du hier oben auf Shaders, das ist hier oben am Bildschirm und dann suchst du dir einfach einen Shader aus, der dir gefällt. Du kannst sie zum Beispiel anklicken und dann siehst du eine Übersicht, da gibt es hier auch nochmal so eine Galerie hier oben und da kannst du dann die Bilder von dem Shader sehen, je nachdem ob der dir gefällt oder nicht. In meinem Fall, wenn ich nochmal hier zurückgehen, da kannst du hier oben einfach zurückgehen, hier auf Browse und dann bist du wieder bei den Shadern und ich werde mal hier den Complementary Shader herunterladen, also den ersten hier in der Reihe. Und dann klickst du einfach auf Install auf der rechten Seite und dann klickst du wieder auf das Haus hier oben links und dann siehst du hier Minecraft Fabric und dann kannst du das Ganze einfach spielen. Wenn hier diese Meldung kommt, dann liegt das Ganze an einem Update von dem ModRamp Lounger. Klick einfach auf diesen grünen Button hier und dann loggst du dich einfach ganz normal in Minecraft ein. Nachdem du dich dann eingeloggt hast, wird das Ganze hier verschwinden. Klick dann einfach nochmal hier auf den Button und dann wird es starten. So, bei mir im Hintergrund ist das Ganze hier gestartet. Dann kannst du hier einfach auf Continue klicken, wie immer bei einer neuen Version later das so. Und dann siehst du hier unten Fabric Modded und dann gehe ich mal in den Einzelspieler. Und dann siehst du hier, wenn ich mal in die Videoeinstellungen gehe, kann man hier von dem Iris Shader die Videoeinstellungen sehen und dann klickst du hier einfach auf Shader Packs. Dann kannst du den Complementary Shader laden. Dann kannst du hier die Shader Packs Settings ändern, also wenn du am Shader irgendwas ändern möchtest. Dann kannst du zum Beispiel das Profil ändern. Hier werde ich das mal auf Very Low ändern, weil ich nämlich keine Grafikkarte in dem Rechner habe. Und dann ist die Performance auch besser. Du kannst es auch zu Potato ändern, dann ist es noch besser. Sobald es dann fertig ist, kannst du hier auch noch die Framerate beschränken. Ich werde das mal auf 60 FPS hier beschränken. Und dann siehst du, hier ist der Shader geladen. Falls du irgendeine Frage haben solltest, dann schreib in den Kommentar. Ciao!